Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute packen wir die Geschenke aus, die wir in Münster bekommen haben von euch. Erstmal ganz, 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 ganz lieben Dank an die beiden Mädchen, die uns die Sachen geschenkt haben. Wir packen zuerst das eine Paket aus, was wir von der ersten Person sozusagen bekommen haben und dann das von der zweiten Person. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß und los geht's! Das erste Paket ist das hier. Erstmal auch danke, danke, danke an dich. Das ist wirklich super nett, dass einige Leute an uns denken. So, ich würde sagen, jeder Paket erstmal ein Geschenk ist. Ich mach das größer. Hier ist schon mal das eine Paket. Oh, ich pack aus. Oh, steht irgendwas drauf? Nee, ne, stimmt nicht. Das hasse ich an. Oh, cool. Oh, wie süß. Na, dasselbe. Ein Set mit Dreckern. Dreckern. Ein Body, das ist von NSX Family Größe 56, ein Body mit so einem Drecker drauf. Und die passende Hose. Cool, so eine Pumphose. Mal die passende zu zeigen, dass sie es gleich hat, oder? Richtig, das ist cool. So, jetzt kommt mein Frischchenk. Also, was ich jetzt auspacke. Nein, das ist es nicht, ja. Na, genau. Ja, ich weiß, ist das auch was. Genau. Oh, oh, oh. Oh, die Farbe ist schön. Oh, mein Gott, wie schön. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, wie süß. Oh, ihr seht das geil hier. Das ist ein Jeanskleid. Perfekt. Ein Jeanskleid mit einem rosa Body drunter so. Also so. Ja, bestimmt für Mel, ja. Oh, mein Gott, wie cool. Seht ihr das? Oh, wie süß. Dann hab ich noch ein Geschenk. Und hier ist noch ein ganz, ganz kleines drin. Das mach ich, ja. Kleines, aber feines Geschenk. Und ich hab hier noch eins. Oh, oh, diesen Riddly Leggen. Ja, das wollen wir schon. Gummibeeren. In Sauer sogar. Ich mag sehr gerne saure Sachen, ja. So, jetzt das letzte kleine Geschenk. Und dann kommt das nächste Paket, was richtig groß und richtig schwer ist. Ich dachte zuerst, da ist alles kein Bier drin oder so. Also, ich packe sie mal aus. Okay, das lautet nicht mit der Schleife. Erstmal haben wir ganz, ganz viele Windeln, mit der sich das irgendwie so geschützt hat. Oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall sind hier ganz, ganz viele Windeln drin. So viele Windeln. Mai, ich hol da noch mehr raus. Sind auch noch mehr Windeln. Dann haben wir zwei Taschentücherpackungen mit so kleinen Einhörnern drauf. Oh, wie süß. Und noch mehr Windeln. Also wir sind auf jeden Fall für die nächste Zeit verschieden. Windeln haben wir auch. Ja, drei und dann so neugeborene Windeln. Hier sind noch mehr drin. Noch mehr Windeln. Alter, okay, Windeln haben wir jetzt echt genug. Oh, das erste. Feuchttücher von Pampers. Oh, die riechen so genial. Genau, was haben wir hier? Anscheinend Fotos. Da bin ich jetzt echt gespannt. Da habe ich jetzt echt Angst, dass ich jetzt irgendwas peinliches kommt oder so. Oh, wie süß. Das sieht ja extra. Alter, sie hat Fotos von meinem Instagram-Account ausgedruckt. Einmal die Mail-Maus. Genau. Wobei das auch richtig Arbeit ist von Instagram, so Fotos. Ja, die muss ich ja extra ausschneiden. Ja. Dann haben wir eins von mir und Henry. Also schon fokussiert mal, die ist. Eins von Benetton. Das ist doch ganz neu. Komm auch alle an deine Wand. Ja. Dann eins von Mel und Benetton. Und eins von ihr? Das zeigen wir lieber nicht. Genau, das nächste ist von ihr. Und das zeigen wir lieber nicht. Ich weiß nicht, ob wir das dürfen. Aber auch da, danke, danke, danke. Super, super cool. So, und dann haben wir Schoki, 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 Schoki. Oh. Schoki, 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 Schoki. Damit hat die mich auf jeden Fall schon mal glücklich gemacht. Nee, ich sage mal, hauptsache Nachis. Dann haben wir Hundeleckerlis. Hier wird auch an meinen Hund gedacht. Das finde ich super, super cool. Hundeleckerlis in verschiedenster Ausführung. Oh Gott. Oh, dann haben wir ein Kuscheltier. So einen kleinen Bären. Ein niedlicher Bär. Ein Bär. Ein niedlicher Bär. Voll schön mit diesem Senfgelb hier. Dann haben wir, dann haben wir... Alter, hat sie sich Mühe gegeben. Ein Pullover. Ihr seid so süß, ne? Ihr seid alles so süß, ja. Von Antics Family in Größe 62. Dann haben wir eine Hose, die ist von Hand and that weiß ich. Oh, eine Strumpfhose. Mel hat noch keine schöne Mädchenstrumpfhose. Eine Strumpfhose. Dann haben wir... Oh, eine Jacke. So eine kleine Strickjacke. Einen Strumpfler. Der ist auch süß. Ein Strumpfler. Stimmt für den Benetton. Oh, Alter, ich habe hier schon gar kein Platz mehr. Dann haben wir... Oh, ein Riesen-Set Bodies anscheinend. Was ist hier so zusammen? Oh ja, ein Riesen-Set Bodies. Einmal so einen grünen. Von H&M ist der. Dann einen mit Frosch. Mit Froschend drauf. Einen mit so verschiedenen Tierchen drauf. Und so einen. Genau. Dann haben wir... Oh, eine Hose. Eine Hose. Und einen kleinen Pulli. Auch richtig schön. Socken. Oh, was ist das denn für Socken? Da ist noch irgendwas drin. Oh. Das ist gut versteckt. Ein Schnuller. Oh. Oh, wirklich süß. Also, einmal graue Socken. Und dann haben wir drei Schnuller. Einmal so einen von Nuck. Einmal so einen. Oh, schon bearbeitet. Einmal so einen. Ja, so abgeschnitten. Und noch einmal so einen. Da ist die Schnuller. Hier ist auch was drin. Nochmal ein paar Socken übrigens. Oh, ja. Nochmal Jungschen, oder? Einmal so einen. So einen sind die gar nicht. Und so einen. Da auch mal dran gedacht, eigentlich. Oder die Twins. Und einen Brief. Und einen Brief. Dann werde ich jetzt rein zauen. Süß. Das war's, Leute. Wir haben alles ausgepackt. Und jetzt könnt ihr mal sehen, wie voll die ist. Zum Glück haben wir zwei Tüten, dass wir das alles gleich umpacken können. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und danke, danke, danke an die beiden süßen Mäuse, die uns das geschenkt haben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.